Wenn ich über mich nachdenke, das ist das berühmte Zwiegespräch, das sokratische, das Diana Arendt genannt hat, mit sich selber in mir einen Dialog führen, verschafft mir auch diese Möglichkeit der Selbstreflexion, nicht nur mich zu sehen, denn alles Denken ist unsinnig, wenn es nicht in sozialen Bezügen letzten Endes stattfindet.